Die weiß doch, dass die tot sind. Was tut die? Aber das Ding ist tief weiss, ist doch wohl. Ja, Zuladan, ich mag die auch sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr doll. Die Ladescreens sind ein bisschen störend. Ich werde dich nicht verletzen. Ich weiß, dass du nicht real bist. Keine Ahnung. Aber ich kenne dich überall. Ich weiß, dass du nicht real bist. Ich weiß, dass du nicht real bist. Aber ich kenne dich überall. Ich weiß, dass du nicht real bist. Was ist passiert? Wo ist Mama? Wir haben versucht zu warten. Wir gehen nach McDonald's. Dad! Sie wird gut, komm. Nein, Sie kommen und schauen uns. Wir müssen hier sein. Michonne, wenn du noch nicht... Just bleiben sicher, okay? Wir brauchen dich. Ich bin so sorry. Ich weiß nicht was anderes zu sagen. Ich bin einfach... Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Du kannst nicht... Du kannst nicht... Du kannst nicht... Bitte... Oh, Gott! Oh! 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 Fischon! Have you seen... Sam! I thought you were dead. Oh, I was so worried. Sam, we have to go. Yeah. You're right. Come on. We can get out. Through Craig's room. Follow me. Stay right with me, okay? Look at me. Go! Ah! 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 Oh! James! Don't go. This isn't goodbye. I'll see you again. When? I don't know. Soon. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Leave, Mama. Stay here. With us. She can't. Just let her go. Dominic, please. Give us a minute. Come on, Alex. What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she likes. Michelle! No, no, no. Don't go. Colette. She can't stay. We can't stay here! It's too late. Girls, listen to me. I have to go. I just have to go. No! I'm not leaving you here! I'm not leaving you here! Goodbye. Bye. I'm so sorry. Give me your hand! I've got him! Ah! Ja, Ulf, ja. Aber trotzdem, das muss doch nicht sein. Ja, Ulf, ja. Das sieht so friedlich aus. Ja, Ulf, ja. 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 Ja, 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 ja. Dead-Reihe von Telltames und auch diese Miniserie, die wir jetzt gespielt haben, also es ist ja The Walking Dead Michonne, das war jetzt der letzte Teil, die sind immer so aufgebaut. Das ist im Prinzip mehr eine Erzählung. Das ist ein eine Erzählung, in die du ein bisschen eingreifen kannst. Also du hast ein bisschen Möglichkeiten, die Geschichte zu lenken mit deinen Entscheidungen, aber eben auch nur in sehr begrenztem Umfang. Ja, so ist das. Also das ist auch so gedacht. Ach ja. Ein interaktiver Comic, genau. Genauso in die Richtung. Telltales hat viele solche Spiele. Also es ist nicht nur The Walking Dead, sondern gibt es auch andere. Es ist wieder Hallöchen. Mare und Ralle, ich danke euch für das